Hallo meine Freunde, mein Name ist MicroMiner und willkommen zu meiner neuen Tutorial-Reihe. In meiner Tutorial-Reihe geht es darum, wie ich euch zeigen kann, wie man Batch-Dateien programmieren kann und einfach ein bisschen anfangen kann zu programmieren, was mir eigentlich sehr geholfen hat und das möchte ich euch heute einfach mal präsentieren. Ihr müsst zuerst mal entscheiden, wo ihr das Ganze machen wollt. Es gibt zwei Arten, wie man es machen kann. Einigerseits über den Editor, der gibt es Standard immer auf dem Windows-Rechner zu finden. Entweder über dieses Icon hier oder über Rechtsklick, Neu und dann ein Textdokument. Da kann man das eigentlich auch machen oder man ladet sich Notepad++ herunter. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich werde es in der Notepad++ machen, weil es einfach da ein bisschen besser anschaulicher ist. Man kann es ein bisschen besser kennen, aber es geht, wie schon gesagt, auch mit dem Editor. Wenn ihr euch entschieden habt, wie ihr das Ganze macht, dann könnt ihr euer Programm dann schon mal starten. Und dann fangen wir auch gleich an. Ich habe auch gesagt, wir werden Batch-Datei programmieren. Also werden wir das auch gleich mal speichern und zwar auf Datei, dann auf Speichern unter. Und dann schreibe ich hier mal tut oder halt wie ihr eure Datei nennen möchtet und dann ein Punkt BRT. Und dann speichern. Dann werdet ihr auch sehen, das ist jetzt so eine Datei hier mit so Zahnräder drauf. Das ist die Batch-Datei. Wenn wir sie jetzt ausführen, passiert noch nichts. Das ist, weil wir auch noch nichts gemacht haben. Das erste, was wir bei der Batch-Datei machen, ist, wir geben ein Add und dann Echo. Wieso, erkläre ich euch gleich. Dann werden wir einen Titel, eine Farbe geben. Und wir fangen mit der Farbe an. Dann schreiben wir zuerst mal Color. Und schreiben irgendein Buchstabe. Wenn ich es finde, werde ich euch unten in der Videobeschreibung noch einen Link verpacken, wo ich ein Bild da drin enthalten ist, wo ihr die ganzen Farben sehen könnt. Oder ich zeige es uns separat nochmal. Wir nehmen jetzt mal eine Buchstabe A. Das ist zum Beispiel, was war das? Hellgrün war das, glaube ich. Und so wird es jetzt einfach, wenn wir jetzt A machen, wird alle Texte, wo wir dann schreiben, in hellgrün angezeigt. Wir machen jetzt noch einen Titel. Dafür schreiben wir Titel. So, Titel. Und dann schreiben wir unser Titel, wie zum Beispiel Tutorial.bat zum Beispiel. Wenn wir jetzt das Ganze wieder speichern und wieder ausführen, haben wir etwas gesehen, aber es verschwindet wieder. Darum machen wir jetzt mal eine Pause. Das heißt, Pause, aber groß geschrieben, ein Abstand. Dann brauche ich dieses, das war falsch, diesen Pfeil hier. Und schreiben groß wieder 0 mit einem L. Speichern, wieder ausführen. Das können wir hier sehen, das ist in diesem Windows-Eingabefeld gemacht worden. Einiges Satz haben wir jetzt hier den Titel, Tutorial.bat. Und wir haben diese Sachen hier. Also die Schrift in grün. Das wir hier jetzt leider angezeigt haben, ist das C, User, Ad, Desktop, bla bla bla. Das ist eigentlich das, was nicht angezeigt werden sollte. Da muss ich mal ganz kurzes gucken. Genau. Ich habe etwas vergessen. Und zwar wird es jetzt schon erklärt, das hier wird alles angezeigt. Das hier Pfad wird alles angezeigt. Und zum Teil möchte man das hier eben nicht angezeigt haben. Darum müssen wir hier bei Echo Off hinsetzen. Jetzt haben wir das gespeichert. Führen das Video aus. Und wir sehen, wir haben dieses ganze Schriftzeug nicht mehr. Das ist immer sehr hilfreich, weil man kann zum Teil relativ okay Spiele machen mit dem. Obwohl das eigentlich nicht der Sinn daran ist. So, wir haben jetzt also schon mal Echo Off gemacht. Also die Schrift weggemacht. Wir haben die Schrift eine Farbe gegeben. Und wir haben dem Ganzen einen Titel gegeben. Was können wir jetzt noch machen? Wir können zum Beispiel kleine Abschnitte machen. Das heißt, wir programmieren mal, ich sage jetzt mal ein Textfeld. Das heißt, wir machen jetzt mal das 0 ein bisschen nach unten. Und fangen wir mal an. Und wir machen unser erster Abschnitt. Das machen wir mit einem Doppelpunkt. Und schreiben jetzt mal Hi. Äh, 1, sorry. 1 wollte ich sagen. Wenn wir jetzt einen Abstand machen, dann haben wir jetzt hier einmal Rot und einmal Gelb. Das ist jetzt der Vorteil von Notepad++. Da Notepad++ sehr viel Sprache. Ich kann es mal zeigen, wie Batch-Datei, aber auch wie zum Beispiel Java, JavaScript und alles mögliche beinhaltet. Das finde ich eben Notepad++ sehr hilfreich. So, wir haben jetzt eine Unterteilung gemacht. Und wir können jetzt hier mal sagen, Hi. Wenn wir jetzt das speichern, das ausführen, oh, es passiert nichts. Der Befehl Hi ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht ausgeführt werden. Genau, das ist darum, weil wir ja ein Echo hingesetzt haben. Das heißt, Echo Off, es wird ja nicht angezeigt, aber es ist auch kein Befehl. Das ist aber das, was hier angezeigt werden wollen. Also müssen wir hier hinten einfach mal schreiben, Echo. Und dann haben wir es eigentlich schon gemacht. Speichern, ausführen und dann steht hier Hi. So einfach geht's. Jetzt finden wir aber, hm, das Hi ist aber direkt in der Ecke. Okay, ich möchte es nicht in der Ecke, ich muss ein bisschen weiter nach unten. Dann können wir das machen, indem man hier jetzt einfach dieses Echo kopieren. Und das einfach mal ein paar Mal einfügen mit STRG V. Nicht so meine ich. Echo, Abstand und immer wieder einfügen. So, ich denke, das reicht schon mal. Und wenn wir jetzt das Hi mal zum Beispiel hier einfügen, mit Abstand natürlich, und das jetzt speichern, dann können wir es sehen. Achso, ja, stimmt. Hier müssen wir natürlich noch bei diesem Echo, wo wir nicht brauchen, natürlich noch einen Punkt hinsetzen. Das habe ich vergessen. Und dort, wo wir schreiben, brauchen wir keinen Punkt. Und jetzt sehen wir, das Hi ist schon weiter unten und ja, das sind einfach die Abstände und ja, wir haben schon ein kleiner Schritt weiter gemacht. Aber es ist, wir sagen immer noch, oh nee, es ist aber immer noch weit zum Arm am Rand. Also verschieben wir dieses Teil einfach weiter mit Leertast nach drüben. Wenn wir mich jetzt mal speichern und wieder ausführen, dann sehen wir, das Hi ist weiter drin. Das hilft uns natürlich sehr weit, wenn wir gewisse Aufstellungen machen oder gewisse Aufstellungen programmieren werden. So, wir haben jetzt also schon mal gelernt, wie man die Befehle ausblendet, wie man einen Color macht, wie man einen Titel macht und wie man die Schrift überhaupt positionieren kann. Was nützt eigentlich uns aber noch diese Unterteilung? Wir machen jetzt zwei Unterteilungen und zwar machen wir uns hier nochmal eine Unterteilung mit nochmal einem Doppelpunkt und jetzt die 2. Und hier schreiben wir jetzt zum Beispiel mal, hm, was soll ich hier schreiben? Hier kopiere ich mal alles, was wir hier haben. Kopieren und hier jetzt mal einfügen. So, dann haben wir das gleiche wie hier, nur dass wir hier jetzt hinschreiben, hm, Geld. Keine Ahnung, wir schreiben einfach irgendwas hin und wenn wir das jetzt ausführen, kann ich dir mal zeigen, passiert das. Das heißt, wir haben einigerseits High und Geld. Aber das hilft uns noch nicht. Das heißt, für das bräuchten wir gar keine Unterteilung. Das heißt, die Unterteilung wird jetzt, ähm, werden wir jetzt brauchen. Und zwar werden wir hier ein kleines, ähm, eine kleine, wie soll ich das sagen, Warteschleife hinmachen. Darum schreiben wir jetzt Ping, dann ein Abstand, 1, Punkt, 2, Punkt, äh, das Punkt nicht. Dann ein Abstand, dann brauchen wir ein Minus. Dann brauchen wir noch ein N. Wieder ein Abstand, ein S. So, und dass wir das Ganze nicht wieder angezeigt bekommen, das heißt, das, ähm, weil wir nicht angezeigt haben, brauchen wir wieder das, ähm, das hier, ne, Quatsch, das hier. Und wir brauchen wieder ein Null. So, wie wir hier unten schon gehabt haben, es bedeutet einfach, dass wir das nicht angezeigt bekommen. So, wenn wir jetzt nochmal machen und das nochmal starten, dann können wir sehen, Hi. Okay, und mit einer gewissen Zeit kommt dann Geld. Haben wir es hier auch schon gesehen. Das ist so ein bisschen der Timing. So, wir haben jetzt eigentlich relativ viel schon gehabt. Also, wir haben einigerseits, wie schon gesagt, die, äh, die Befehle, die Color, die Titel, die Echos und die Zeit. Es kommt aber immer noch die Abschnitte. Das heißt, ähm, die Abschnitte sind zum Teil noch okay. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel sagen, nach diesem Ping, nach diesem Ping, können wir zum Beispiel sagen, GoTo. Das heißt, geh hier zu. Also, wir schreiben das mal, ähm, GoTo und dann sagen wir, GoTo, statt sagen wir, 1. Das heißt, ähm, das ist jetzt sozusagen eine Dauerschleife. Das heißt, eigentlich können wir das hier wieder löschen, weil wir das jetzt gar nicht brauchen. So, das heißt, wir haben jetzt sozusagen eine Dauerschleife erstellt. Das heißt, das kommt, es wird High geschrieben. Dann haben wir eine Wartezeit. Und wenn diese Wartezeit vorbei ist, heißt es wieder, kommt dieser Befehl, GoTo1. Das heißt, geh hier zu, Abschnitt 1. Das ist hier. Also kommt das wieder gleich. Das sehen wir aber nicht. Also, die Änderung können wir ja nicht sehen. Also, werden wir jetzt eine, ähm, andere Aufstellung machen. Und wir werden das hier wieder kopieren. Kopieren mit diesem Ping. Werden das unten wieder hinschreiben. Oder hinkopieren. Aber schreiben hier jetzt mal 2. Ich hätte es eigentlich nicht löschen sollen. So, jetzt haben wir hier die 2. Wir können jetzt aber sagen, dass wir jetzt hier noch einen Punkt hinsetzen. Okay. Das heißt, hier bei GoTo brauchen wir noch ein 2. Ups, wollte ich nicht. Eine 2. So. Wenn wir jetzt das speichern, jetzt ausführen, haben wir High. Und mit der Zeit, kommt hier High, mit einem Punkt. So. Das ist bis jetzt schon mal gut. Aber, wir wollen uns das sagen, wie, eine Ladebildschirm machen. Sag ich jetzt mal, so ein Ladebildschirm, genau. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach jedem, nach jedem, also bevor es überhaupt anfängt, ein CLS hinsetzen. Genau. Das heißt, alles, was vorhin passiert ist, wird zuerst gelöscht und erst dann kommt das hier. Das können wir jetzt wieder anschauen. Wir werden wieder ausführen. High. Dann ein bisschen warten. Und jetzt kommt High Punkt. Das heißt, der Command vorhin, das High ohne Punkt, wurde gelöscht und es wurde für High Punkt hingesetzt. Okay. Das wäre es schon mal. Dann könnten wir zum Beispiel wieder machen. Das heißt, kopieren mit dem CLS, mit dem Ping. Das kopieren wir entweder mit Rechtsklick oder mit Steuerung, wenn wir mal anwählen, oder mit Steuerung C. Gehen wir wieder ein bisschen nach unten und machen wir jetzt C und V. Äh, Steuerung V. So. Hier schreiben wir jetzt aber mal eine 3. Und hier schreiben wir mit einem Abstand Goto und dann 3. So. Hier können wir wieder ändern mit einem zweiten Punkt. So. Jetzt können wir das wieder speichern und wieder ausführen. Ähm, so, jetzt habe ich High. Ein paar Sekunden später einen Punkt. Und ein paar Sekunden wieder einen Punkt. Bam. Und hier ist er. Und das können wir zum Beispiel, wie ich zum Beispiel für ein Spiel, die Spiele sind natürlich nicht so gut, wie man das Programmieren hier, aber zum Beispiel ein Ladebildschirm programmieren. So. Ähm, es sieht jetzt zum Beispiel schon komplex aus. Darum habe ich hier immer wieder diese Abstände gemacht, dass wir das auch ein bisschen gut sehen können. Und dann können wir auch schon mal weitermachen, wenn wir mal gucken, okay, die Zeit reicht eigentlich noch. So. Dann werden wir hier das gleiche nochmal machen. Und wir kopieren das wieder. Kopieren. Gehen 2 noch unten. Oder 3. Kopieren es. Machen hier noch einen vierten Abschnitt. Machen wir einen dritten Punkt. So. Jetzt haben wir hier wieder alles wie hier oben. Und hier schreiben wir jetzt mal nichts hin. So. Jetzt machen wir mal Enter. Oder speichern. Führen jetzt aus. Und jetzt kommt das gleiche wieder. High. High mit Punkt. High mit zweiten Punkt. Dann ein High mit dritten Punkt. Und dann nichts mehr. So. Jetzt ist ja die Pause aktiviert. Das heißt, das Fenster wird geschlossen, wenn wir eine beliebige Taste gedrückt hat. Und das machen wir jetzt mal. So. Das Fenster ist weg, weil wir eine Taste gedrückt haben. Und ein Ladebildschirm wird jetzt eigentlich so ausgeführt, damit wir hier jetzt einfach schreiben. Goto. Und dann 1. So. Und jetzt haben wir schon mal eine Schleife gemacht. Das heißt, beim 1 fängt an, schreibt High. High. Beim 2 geht es weiter, High. Beim 3 geht es weiter, High. Und immer so weiter. Und wenn es hier angekommen ist, sagt es Go to 1. Das heißt, es geht wieder nach oben. Und das fängt wieder hier an. So. Das können wir jetzt mal starten. Mal ausführen. Und das können wir jetzt auch sehen. Zuerst mal High. Dann High mit Punkt. Dann wieder High mit zweiten Punkt. Dann High mit dritten Punkt. Und jetzt sollte gar wieder High ohne Punkt kommen. Ah. Ja, okay. Jetzt haben wir es gesehen. Jetzt ist es nach unten verschoben. Bam. Und jetzt ist es wieder hier oben. Das ist der Fehler, weil ich noch was vergessen habe. Und zwar haben wir hier beim 1 haben wir kein CLS. Das heißt, das hier wird nicht gelöscht. Darum enter ich das wieder und schreiben hier noch ein CLS. Oder hier. Und dann haben wir es auch. Und dann kommt wieder dieses Ladebildschirm. So. Um noch was kurz andeuten zu können. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel dieses 2 wegnehmen. Mache ich mal. Überall das 2 wegnehme. Dann ist sozusagen die Zeit auch ein bisschen verkürzt. Wenn ich wieder Start, äh, Speichern drücke und wieder ausführe. Dann können wir hier sehen. High. Punkt. Dann High. Punkt. Dann wieder High. Punkt. So. Und jetzt kommt es wieder High. Bam. Das heißt, es wurde gelöscht. Wieder wie wir wollten. So. Wir haben jetzt aber hier. Ich weiß nicht, ob das nützt, wenn wir hier den Punkt wegmachen. Mache ich gar mal kurz. So. Wir müssen es wieder speichern. Ob wir das gleichbleibt. Genau. Jetzt haben wir den Punkt weggenommen. Und jetzt sehen wir, es sieht aus wie ein Ladebildschirm. Das heißt, High und ladet. Wir können natürlich noch ein bisschen anders machen. Professioneller. Und jetzt schreiben wir hier. Oder enden wir hier das High. In. Load. Hier können wir wieder schreiben. Load. Hier wird es angezeigt. Es wird immer angezeigt, was wir schon geschrieben haben. Dann können wir das einfach hier aussuchen. Und Enter klicken. Hier genau wieder gleich. Ein L einschreiben. Das ist blau anmarkiert. Und Enter drücken. Und so kann man es ein bisschen schneller bearbeiten. So. Und wenn wir jetzt hier wieder Start drücken. Dann können wir es sehen. Zum Beispiel unser Spiel, unser Programm, was auch immer, wird geladet. Schön. Das heißt, was haben wir jetzt in diesem ersten Tutorial von meiner Reihe schon mal gelernt. Wie man die Befehle ausbändet. Ein Color hinsetzt. Ein beliebiger Name hinsetzt. Die Unterteilung. Dann hat den Befehl CLS. Dann haben wir gesehen, wie man einen Abstand macht. Wie man einen beliebigen Satz, Wort, was auch immer, angezeigt werden kann. Wie man eine Pause macht. Und wie man einen Schritt macht, zu welchem Abschnitt es geht. Und. Ja. Das ist sozusagen jetzt eine Schleife, die wir programmiert haben. Und das wäre es auch schon von meinem ersten Tutorial gewesen. Ich kann mal kurz euch ein Beispiel zeigen. So. Man kann ja auch schon sehen, ich habe schon relativ viel programmiert. Das heißt, das werden wir uns alles auch noch schön ansehen. Wir werden vielleicht noch so etwas hier programmieren. Ein Prank. Hack. Wie auch immer. So. Was habe ich hier erst gemacht? Ich habe hier einige Sätze mal das Fenster vergrößert. Das geht jetzt nicht in den Bildschirm rein. Jetzt habe ich hier geschrieben. Hallo Micro Miner. Wollen Sie den Hack starten? Dann habe ich hier geschrieben. J oder N. Jetzt haben wir hier Eingabe. Das werden wir in einer anderen Folge noch ansehen, wie wir das machen. Das heißt, wenn ich den Hack starten will, mit J für Ja, N für Nein. Wenn ich jetzt sage N und dann Enter drücke, steht hier, sind Sie sicher, dass Sie den Hack nicht starten möchten. Dann kann ich hier wieder sagen, N für Ja oder N für Nein. Wenn ich jetzt Ja sage, dann Sie haben sich entschieden, den Hack nicht zu starten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn wir jetzt dann aber wieder starten und das Gegenteil machen, zum Beispiel sagen, wollen Sie den Hack starten? Ja. Sind Sie sicher, dass Sie den Hack nicht starten wollen? Ja. Dann seht ihr, Sie haben ausgewählt Ja. Benütze. Benützt. Und jetzt hier, der Hack wird gestartet. Wieder mit seinem Ladebildschirm, wie wir heute programmiert haben. Und jetzt habe ich hier ein, ja, simuliertes Hack drin. Das ist jetzt eine Matrix, so wie man das sagt, ja, Matrix. Und wie man das Ganze programmiert, das kann ich dann auch mal noch zeigen. Aber so in der Art werden wir, oder zeige ich euch dann auch noch. Also man kann viel Sachen mit dem machen. Und ja, das war es jedenfalls für dieses erste Tutorial in meiner Tutorial-Reihe Programmieren für Anfänger. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.